Ich wachte eines Morgens auf und der Konzernflügel war einfach da draußen im Meer. Von Farne sieht es aus wie eine mythologische Mitnersfigur, sagt ein Fischer gegenüber dem Fernsehsender ABC Miami. Wer das Piano so geschickt auf die Sandbank manövriert hat, dass es selbst bei Flut nicht überspült wird und jederzeit wohl zu sehen ist, das blieb allen bisher ein Rätsel. Das verstummte Piano machte viel Lärm. Es entstand ein regelrechter Medienwirbel um den mysteriösen Klangkörper. Es handelt sich um die Requisite eines Kunstfilms namens Jesus von Malibu, behaupteten zwei Filmemacher, bis sich jetzt die altehrwürdige New York Times in die nationale Debatte einschaltete. Rätsel gelöst, heißt es auf der New York Times Titelseite. Ein 16-jähriger Oberschüler aus Miami hatte das Piano gemeinsam mit seinem Vater auf einem kleinen Fischerboot zu der Sandbank gebracht, um es dort vor laufender Videokamera in Flammen aufgehen zu lassen. Mit dem ungewöhnlichem. I'd rather give my jam a word than first though, tell you something that I found, that the world's a better place when it's upside down, boy. If there's less to be learned, I'd rather give my jam a word than first though, when you're playing with design, don't go run into my place when it burns. I'd rather give my jam a word than first though, when you're playing with design, don't go run into my place when it burns. I'd rather give my jam a word than first though, but you're playing with design, don't go run into my place when it burns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017